Hey, ich weiß, du willst kein Gras rauchen. Ich weiß das. Aber ich werde dich heute heimachen. Heute ist Freitag, du hast keine Arbeit und du hast sonst nichts zu tun. Unsere größte Angst ist nicht, unzulänglich zu sein. Unsere größte Angst besteht darin, grenzenlos mächtig zu sein. Unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, ängstigt uns am meisten. Es dient der Welt nicht, wenn du dich klein machst. Ich klein zu machen, nur damit sich andere um dich nicht unsicher fühlen, hat nichts Erleuchtetes. Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit Gottes, der in uns ist, zu manifestieren. Es ist nicht nur in einigen von uns, es ist in jedem Einzelnen. Und wenn wir unser Licht scheinen lassen, geben wir damit unbewusst anderen Erlaubnis, es auch zu tun. Wenn wir von unserer eigenen Angst befreit sind, befreit unsere Gegenwart automatisch die andere. Leich und eiskalt. Deine Augen wirken in die Farbe. Und manchmal sprichst du aus, als wärst du aus einer anderen Zeit. Du bist oder trägst nie etwas. Du magest die Sonne. Wie alt bist du.